John ist aus London. London liegt in Großbritannien. Er spricht Englisch. Maria ist aus Madrid. Madrid liegt in Spanien. Sie spricht Spanisch. Peter und Martha sind aus Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Berlin liegt in Deutschland. Sprecht ihr Deutsch? Sprecht ihr beide Deutsch? London ist eine Hauptstadt. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Die Hauptstädte sind groß und laut. Die Hauptstädte sind groß und laut. Frankreich liegt in Europa. Frankreich liegt in Europa. Ägypten liegt in Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Japan liegt in Afrika. Japan liegt in Afrika. Japan liegt in Afrika. Canada liegt in Afrika. Kanada liegt in Afrika. Kanada liegt in Nordamerika. Panama liegt in Nordamerika. Panama liegt in Nordamerika. Brasilien liegt in Südamerika.